der meister dropper los geht's meister dropper ist bekannt der will nach iron arcs wie spricht man das aus rechts ist danger 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 die sind hier irgendwo hier halten wir uns dagegen daneben der eine ist rift da oben was sagst du was den boss einfach hingelaufen kein hilfe jetzt bleibt bei mir jetzt habe ich auch mein schiff können wir uns starten wo sind die hin die haben das ding eingenommen ich habe eine hammer gut du bist hammer wie du dich bewegst immer ein outfit schön das live auch dass dieser nightlash typ habe ich also die macht mich hier oder ich mache sie das lager eingenommen so lange haben zu spielen seit nice oder wird noch gefeitet da wird noch gefeitet groß 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 habe ihn sehr gut job hey wo ist die hin backteleportiert die morden hier rechts sind steps hier hier der belebt jemanden wieder der ist gestunt gleich ich drücke richtig aufs maul 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 immerhin schon der befindet der ist ganz da rumgelaufen ja lass mal fahren irgendwie die sind links ich höre ja hier dann gleich nochmal rufen achte hier ganz ungünstig der fuchs ist es dann ich werde gestanden wir haben es wieder hochgeheilt jetzt dann ich habe kein mana mehr da gibt es war wieder hier ist noch eine t2 amor wenn einer nehmen kann hier ist noch so ein schlüssel was habe ich dann für eine arme überhaupt wir müssen ganz nach links ja die nichts kostet glaube ich 4000 hier wird jemand wiederbelebt hier unten ich bin tot ich bin ich bin einfach nur geflogen dieses komische diese komische bubble hat mich gekillt was sind das scheiß kommen gleich gegner vor sich ja von rechts von rechts leute von rechts muss bei euch rechts geht raus geht raus sozusagen geht raus wer war ein mbp wenn jemand stunt oder so sofort callen hier sind gegner irgendwo rechts noch was mit dem wollte hatten wir den schon offen hier also ich bin krass ich bin krass wieder getrunken wer denn jetzt auf einmal da war ich den vor die ganze zeit gespielt habe natürlich hast du dabei du hast doch vorhin zugeguckt wie glaubst du nicht ich war im chat vorhin ja keine ahnung ich habe vorhin tickets geschrieben ich war gar nicht im game das lief einfach nur im hintergrund haben wir noch irgendwo ein händler oben hier ist so ein ding nee als ich gestreamt habe habe ich herkules gespielt und du hast mir doch zugeschickt wie zugeguckt wie ich herkules gespielt habe und gesagt ob das sehr ok ist ich hab dir nicht zugeguckt hey du warst heute mittag online alter ja ich habe die scheiß tickets geschrieben an dings ja und du warst in twitch und hast in meinen chat reingeschrieben du hast mir doch geschrieben warum ist das hier so lila auch weil das schon die leite müssen wir dreck in die leiten getroffen ist ja sturm kommt die kriegen wir schaffen wir in dem fall glaube ich ja lol masterplay masterplay haben wir einfach so alles aufessen würde mir gerne mal eine bessere rüstung wer will das nicht, kleiner Timmy Techblade upgraded ich glaub links sind Gegner oder? ne das ist, ich hör doch irgendwas wir werden geordnet Aua da ist ein Typ neben uns hier drauf, 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 drauf nice, good job Tim da langst du ihm eine hier rechts sind welche bis dann, 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 drauf, drauf, drauf oh oh, was ist das? ich sehe nicht hier ist so ein Gerät nicht in das Teil reingehen in diese Zone nice, good job boah, schön gehuckt alter, schön gehuckt weg mit dir alter 800 Münzen um das Ding zu reparieren hat dir jemand wiederbelebt, oder? von den Gegnern wird jemand wiederbelebt, ne? ich hab immer noch keine gute Rüstung leider wo ist denn ein Shop? ganz unten wäre noch einer oh, Leute rechts oben, lass dich mal killen dann können wir uns eine Rüstung von denen holen das sind die selben von eben Achtung, Achtung der Fuchs ist drin nein der Ghost der Ghost ist won oh, ich hab ihn Double Knock Double Knock lass dir mal eine, bitte eine Rüstung, wenn da noch eine ist hier ist ne T2 drin oh, meine Armour ist komplett down hier ist noch so ein Armour Repair Ding oh ja, perfekt, danke also ist das 1 in 1 verloren rechts sind, äh, links sind Gegner links, 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 Leute hab einen nice, good job geil ah ne ist nur einer abgestürzt doppelten Sound geübt Remote Laser nimm ich mal mit oh, was liegt denn hier noch wir sind hier unten wir sind hier unten ja, ja, wir müssen ganz runter wegen der Zone hier, sieh hier, hier, hier unten, links dicht ja 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 da wird einer um den baum dann kommen wir denn da hinterher wir bauen oder so ich habe im flug gekillt nein habe hier ein gut wenn sie mich noch irgendwo wiederholen wiederholen ist gestohlen wo liegst du denn einer holt mich grad schon ja der andere ist abgeschmiert dann lass den park hat das rüstungsteil da oben dass ich mich verträgen kann ja wir müssen aber in die zone selbst aus dem osten noch ein team das heißt wir müssen hier raus wir sind gestunnt oder zumindest einer von denen primal showdown looted das ding hier ab 1 ja ja pushen 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 geht auf die alte einer hat wieder voll leben hinten erst dann aber nicht doch nicht kriegen wir haben wir sie hin war schön gemacht habe ich viele kills abgesnackt alter junge 101 punkte Echt? Ich bin Brosse 3 jetzt. Von Brosse... Ne, von Brosse 4 auf 3. Okay, ich dachte von 5. Ich habe 90 bekommen. Wie viele Kills hast du denn gemacht? Teamkills? 23. Ah, Leistung. Ich habe 7. Ich habe 8, Nox. Wollen wir mal hier. 7, 5, 4. Ich habe 8, 1, 7. Krass, du hast mehr Leute wiederbelebt als ich. Cool, ich kann Schiff anlocken. Geil. GG.